Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Nadine von Nakawanga Cosplay und ich fang nochmal an. Hallo und herzlich Willkommen bei meiner Videoreihe. Wir haben jetzt wozu Zandbringern oder so. Achso. Ich trink nochmal schnell was. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Doch. Kannst du die Maske aufziehen? Ja, freilich. Warum liegt hier Strom? Hallo. Hallo. Wenn man es zum 20. Mai sagt, wird es langsam irre. Drei, zwei, eins. Hallo. Alter.